Kurze Worte zum Spiel. Heute gegen Falkensee. Naja, wir haben ein bisschen Probleme gehabt. Ohne vier Stammspieler, endlich in Startformation, müssen wir setzen. Und ich denke mir, die Mannschaft hat sich sehr gut verkauft. Wir haben im Falkensee immer einen Griff gehabt. Und zwischendurch haben wir mal hinten gewackelt, haben die noch zu Ausgleich geschafft. Aber ich habe den Jungs nie gezweifelt. Ich denke mir, wir haben verdient gewonnen. Und der Weg geht nur nach vorne. Dankeschön.